Schwachpunkte, der Doomhammer, äh, Doomhunter ist ein superschwerer Dämon, auf langen Strecken ziehen, hm, hm, sein Schild und Gleiter sind seine Schwachpunkte, zerstöre Schild mit dem Plasmagewehr, um ihn kurz auszuschalten, äh, zerstöre den Gleiter, um seinen Schutz von Raketen dauerhaft auszuschalten, ach du Scheiße. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich komm hier nicht weg. Nee, ich brauche. Äh, warte mal. Erstmal, brauche ich hier Schild. Danke für den Schild. Warte mal. Wo habe ich das Team? Da. Wo ist er? Kollege. Wo ist er? Da. Kriegkunde. Ich muss jetzt ein Scheiß-Schild ausschalten. Äh, ja. Oh, er ist tot. Oder was? Nee, noch nicht. Ich muss weg. Fuck. Ach, Mann, komm ey, hör auf. Was war jetzt unfair? Er hat mich wieder in die Ecke gedrängt, der Drecksack. Alles klar. So, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ach, komm mal. Ach, komm mal. Ich muss mal hoch hier Ich brauche neue Sachen Alles klar, einmal hier gehen Tja Komma Alles klar Ich brauche ein paar Sachen Ich muss weg Ich muss weg Jetzt Komm hier Hackepeter Was das? So schön Oh Mann Da haben wir mal ein bisschen Sprit Himmelarsch Ich muss mal an die Karte gucken Ja, das Ding da hinten, ne? Da geht es aber jetzt nicht nach hinten Stört mich Hier muss ich reinspringen Alles klar Wir sind noch nicht fertig Ist das so Jetzt komm Hä? Noch einer? Zwei? Zwei Ist klar Ist klar, ne? Ausgezeichnet Vermächtige Ketzer Oh Oh, gleich noch kurz Hat der sein scheiß Schild weg? Oh Der hat er mir Ui, Karamba Was? Wächterrüstung Fortschritt Wirkt Oh, okay Super Verstärkte Rüstung Wächterrüstung Aktivieren Fortschritt Wirkt sich nicht auf den Fortschritt auf Wir sind noch nicht fertig Jetzt mit Wächterrüstung Ich bin gespannt Ich bin ja un безverletz G informed Ich bin Motion Ich bin يا Ich bin Ceuk ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Wow, so den nehmen wir mal und tschüss, das ist der Nummer 1, wo ist der Nummer 2? Warte mal, ja, Headfinger Shit Shit, 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 muss ich weg Hier Mit Energie, dankeschön Keine andere Waffe mehr Okay Dann muss es auch weggehen So Alles klar und tschüss So Also ja Hallo Hilfreiche Gaben für ihr nobles Unterfangen, vielleicht im Gegenzug für mein... Ja Zwei Zwei Ein Spielzeug fehlt mir Alles klar Gut, ich mach an der Stelle mal einen kleinen Cut Ich muss mich mal kurz entspannen und dann sehen wir uns dann gleich wieder, hoffe ich Äh, oder in der nächsten Folge, wie immer Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, gab dich wohl Tschüss Unser System wird angegriffen Unser Hub ist Maker Design Sie ist mit dem System vertraut Der letzte Priester wird an einen geheimen Ort gebracht, damit unser Werk ohne Störung vollbracht werden kann Nein Das Signal des dritten Höllenpriesters ist verschwunden Es gab einen Anstieg der Dämonenaktivität um 41,3% am Nexus der ersten Invasion Dem größten Blutnest auf der Erde Ich richte das Portal auf die Superblutnest-Koordinaten aus Ja, das wollen wir mal sehen, ob wir die nicht wieder zähmen können Ja, damit willkommen zurück hier bei Doom Eternal So, wir haben die Ansprache der, keine Ahnung, Brutmutter, weiß ich nicht, gehört Was muss ich denn jetzt machen? Einfach nur irgendwo hingehen oder was? Ich dachte, ich müsste jetzt hier noch irgendwo hindrücken Na gut Ich schau mal, ob ich hier schon wieder was Neues öffnen kann Ich hab doch einen neuen Schlüssel, ne? Ne? Ich habe doch... Wo war das denn? Ich weiß es schon wieder nicht Einen neuen Himmels-Schlüssel? Sch... Schlüssel? Ah, die Knarre ist endlich fertig So... Die Balliste... Yeah! Niceer Scheiße! Gut, hier war das, ne? Lalalala... Warte mal... Zwei von sechs... Noch einen haben wir nicht... Ah! Warte mal... Ein Mod... Hä? Okay, ich gehe hier ran Hm... Hallo, zwei brauche ich für alles? Ja, gut, machen wir doch mal Na, dankeschön So, jetzt haben wir die Balliste So, Zerstörer-Klinge Was macht die? Zeig mal Ei, 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 ei Energie... Was? Das sieht auch gut aus Energieprojektil Der sich in den Dämonen frisst und explodiert Hm... Niceer Scheiß! Dankeschön! Dann hätte ich auch noch hier gerne das andere Ding Ja, komm Das andere Teil hört sich auch gut an So... Ähm... Und hier nehme ich jetzt noch den... Exakt... Damit wir mal wechseln können, wenn wir mal hier so'n... Scheiß Dämon haben, der... Ein bisschen mehr Explosion vertragen kann Warte mal, da unten gab's auch noch was Ich bin mir nicht sicher Ob ich mir jetzt hier so'ne Marke hole Äh... Wohin musste ich hin? Ob ich mir nicht lieber sowas hier hole So... Eine haben wir noch, ne? So... Genau, das ist doch auch nicht schlecht... Ähm... Mehr Munition Schwere und superschwere Dämonen brennen länger Munition ist bei mir glaube ich immer Mangelware Die sollte ich doch nehmen Dankeschön Dankeschön Das ist ja auch nicht so'ne Okay, das ist ja so'ne Ich gehe aber auch nicht so'ne Und zwar haben wir mich auf das kinder Nämlich weil wir noch hier noch mal Die versuche ich nicht mehr Abangehen 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 mich Sonst gab es, ja gut, ich habe jetzt eh nichts mehr, was ich machen kann. Ich habe hier aber, ah, ne, warte mal. Anzug habe ich schon wieder vier, da kann ich mir also schon wieder was holen. Glowikills füllen Dash auf. Was haben wir hier noch? Immun gegen Schaden durch Faserexplosion. Äh, etwas mehr Munition. Spawn Streubomben. Mhm. Noch einmal das. Dickere Haut. Und... Glowikills. Ja, hier, Grund... Die Grundsachen nochmal durchgehen. Aber ist auch nicht schlecht. So, das ist Anzug. Ansonsten haben wir hier noch... Arsenal. Da kann ich mal ein bisschen was... Wir haben ja hier jetzt den neuen... Hier, wo haben wir es denn? Hä? Da. So, schauen wir mal hier. Voll aufgeladen und fesselt der Zerstörer-Mod. Eine Schockwelle. Zerstörung klingelt 20% verringert. Was? Hatte ich da nicht eine 8 stehen? Das war wohl... Oh, das hat wohl nämlich 6 gekostet. Naja, gut. Na gut, dann lassen wir das jetzt so. Gucken wir mal später hier nochmal rein. Gehen wir mal weiter. So. Action, bitte. Danke. Da war ich wohl zu schnell. Jetzt aber. Tschakalaka. Tschakalaka. Das Super-Blut-Nest. Na, da wollen wir mal schauen. Was da geht. Sollen es nur drei Schweinepriester sein? Aber die muss ich auch mal finden. Das kann, ähm... Eine Karte? Nee. Bitte bleiben Sie ruhig. Ihnen wird eine kleine Veränderung der Umgebung auffallen. Keine Angst. Dies ist Teil des Plans. Oh, alles klar. Super-Blut-Nest befindet sich in der Nähe. Trust the Planners. Das sieht krass aus. Heftige Scheiße. Moin. So. Stehen Sie doch nicht hier so rum. Äh. Und ich vielleicht auch nicht. Hey, da komme ich doch bestimmt rein, oder? Sag mal, ist das hier so gewollt? Oh, es ist tatsächlich so gewollt. Ach man, und ich dachte, ich mache jetzt... Ich habe jetzt hier ein Geheimnis gefunden. Da fällt... Da fällt... Da fällt er und ich hinterher. Ach Mensch. Wie schön. Boah. Der sieht aber echt krass aus Kleine Veränderung der Umgebung Habe ich festgestellt Ja, doch Das stimmt Kann ich nicht leugnen Hey, wo kommt ihr denn jetzt alle her, Leute? Darf ich dir mal kurz hier Durchs Schulterblatt greifen, Kollege? So, hier mal ein bisschen schocken gehen Was wird denn das da? Oh, oh, ja Oh, da ist aber viel zu entdecken Leck mich doch im Ohr So, Arm ab Ist alles ein bisschen Ähm Aber den Kopf zwischen die Schultern Ich hoffe, wer kommt denn da? Warte mal Ich habe hier was Neues, ne? Yes Yes Alter Aber sind das ja alles für Viecher Schade Hey, was? Wer kommt denn da? Kollege Vor allem die Kollegen So, Kollege Ich ist der ja gar nicht, ne? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier Was soll denn das? Hör mal Ich bin doch beschäftigt Siehst du das, ne? Kannst mich mal Aufhören Hier Warte mal Ich komme nur hier erstmal hoch Oh Ich bin falsch Irgendwie geht es hier doch trotzdem hoch, oder? Hä? Mann, wenn die Sonne nicht so blenden würde Würde ich vielleicht mehr sehen Muss ich hier irgendwas unschießen? Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Also hier geht es rein, ja? Hmm Okay Ich frage mich gerade Ja Wie kommt man denn hier rein? Was ist hier der Trick? Hier muss es doch irgendwelche Tricks geben Okay Okay Cool Da hab ich den mal, ach schade, war schon nicht vorbei, schade. Ach guck mal hier wird auch noch ein Fass gewesen, naja. Hä? So. Der liegt noch. Ich dachte, den hätte ich platt gemacht, den Typen. Junge, Kopf ab. Schluss mit lustigen Wider. Kollege, zeig mal den Brustkorb, wie schön ist er. Noch so einer, oh fuck. Dann muss ich die mal ganz kurz durch den Kopf fahren. So, wer ist denn, wer haben wir denn hier noch? So einen hier? Kann man doch noch so einen, oder? Hier? Oh. Ich hab keine Munizie. Fuck you, man. Oh nein, das Ganze nochmal? Leck mich am Arsch, da hab ich ja richtig Bock drauf. Oh yes, das Ganze nochmal. Also nochmal. So. Alles klar. Ein Mensch, der nicht schneller sein müssen. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Eine Schwierigkeit hier. Junge. Einmal den Arm ab. Hier auch, du. So, ihr habt immer viel zu viele Körperteile. Leute, so geht das nicht. Ach ja, durch die Fresse. Okay. Wie sieht's aus? Ach ja, ich hab ja wieder die Knall. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen... Ich mach mal den da. Oh. Und dann braucht das denn hier. Alter! Hast du das gesehen? Was haben wir denn da unten? Ist sonst so ein Hochtächer. Okay. So. Da würde ich aber auch noch so ein ein. Dankeschön. Gut. Aber gut, dass wir die Explosion nichts mehr anhaben können. Was ist das denn für ein Gewehr wieder, ne? Okay. Darauf wegzuspringen. So. So. Da war wohl nix mit wegspringen. Hey, wo kommt ihr denn her? Muzzlethoff. Verpiss dich. Herz. Schmerz. 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 Schmerz über Kopf oder so, ne? Muzzlethoff. So. Komm, friss den hier. Auch Munition. Danke. Müssen wir da noch. Der hat mich denn hier gerade. So. Uuuhh. Alter. Uuuhh. als Maul. So. Schaschlik. Haben wir es jetzt? Noch zwei Raketen. Ich hätte jetzt gern Feierabend hier. Schluss mit lustig jetzt. Hier komm ich auch nicht rein. Wundert. Noch so einer. So, lass es jetzt mal durch den Kopf gehen. Ich hab gesagt Feierabend. Nach er wieder, ey.